Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eure Geschirrspülmaschine pumpt nicht mehr ab. Vermutlich ist einfach nur die Pumpe verstopft. Das kommt sehr sehr häufig vor. Manchmal ist ein Kern drin, manchmal ist aber auch vielleicht irgendwann mal unbemerkt ein Glas kaputt gegangen und die Glassplitter haben jetzt die Pumpe verstopft. Ich möchte euch zeigen in dem Video, wie man die Verstopfung wieder lösen kann, wie man die Pumpe reinigt und danach sollte dann die Geschirrspülmaschine auch wieder einwandfrei funktionieren. Wichtig, wenn ihr nachher unten bei der Pumpe da unterm Sieb rumfummelt, zieht euch Handschuhe an, die am besten schnittfest sind, damit ihr euch, wenn ein Glassplitter drin ist, nicht daran verletzen könnt. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie man vorgeht. Ihr könnt das wirklich einfach selber nachmachen. Bevor ich loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich wahnsinnig freut. Leider haben wir nur ca. 2-3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an dich, wenn dir die Videos gefallen und auch weiterhelfen, dann abonniere gerne jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Das Ganze ist auch kostenlos und ich freue mich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens auch wie mein Daumen nach oben, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Meine Geschirrspülmaschine ist jetzt offen und ich habe den unteren Fangkorb schon einmal rausgenommen. Und jetzt heben wir einfach hier mal den Sprüharm ab. Einfach nach oben wegziehen und jetzt müssen wir das Sieb rausnehmen. Dazu einfach hier aufdrehen und hochheben. Das kann man übrigens jetzt auch ganz einfach noch mal reinigen, wie das geht. Zeige ich euch in einem anderen Video. Verlinke ich euch an der Stelle hier. Das sollte man aber auf jeden Fall auch machen, weil das auch mit Grund für das Verstopfen der Pumpe sein kann. Deshalb legen wir das beiseite und machen das sauber. Und jetzt müssen wir hier drin noch einen Clip lösen. Das zeige ich euch. Und jetzt lösen wir diesen hier einmal, diesen Clip. Dazu nehmen wir einen Schraubendreher, hebeln das einmal auf und ziehen das jetzt nach oben ab. Und dann ist die Pumpe nämlich schon freigängig. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir schalten die Spülmaschine jetzt einmal ein, wählen ein Kurzprogramm aus, drücken jetzt hier auf Start. Und jetzt braucht ihr ein Magnet, um die Steuereinheit zu überlisten, damit wir dann auch sehen, was dort rausgespült wird aus der Pumpe bei offener Tür. Und dann müsst ihr das Magnet genau an der Stelle auflegen, wie ich es jetzt hier auch einmal gemacht habe. Und jetzt spült die Pumpe schon einmal raus. Ihr könnt es hier unten sehen. Jetzt schalten wir die Spülmaschine wieder aus. Und schaut mal da, ich glaube, da haben wir den Übeltäter schon. Und jetzt muss man auf jeden Fall die Handschuhe anziehen, weil hier könnten auch Glassplitter jetzt drin sein, wenn man was rausholt. Aber ich habe jetzt hier mal einen Übeltäter gefunden. In meinem Fall ist es, ja, wie es aussieht, eine Kaffeebohne gewesen, die zur Verstopfung der Pumpe geführt hat. Und jetzt haben wir das Ganze wieder freigängig und es sollte auch wieder funktionieren. Die Kaffeebohne wird entsorgt und wir bauen das jetzt wieder alles zusammen. Unser Plastikteil, was wir hier rausgemacht haben, die Schutzkappe, die machen wir jetzt wieder rein. Einmal Klick muss es machen, dann sitzt sie fest. Dann setzen wir als nächstes wieder das Sieb ein, was ich in der Zwischenzeit dann auch gereinigt habe. Das drehen wir jetzt hier einmal wieder zu, Pfeil auf Pfeil. Und jetzt einfach den Sprüharm wieder rein. Und dann müssen wir jetzt noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar starten wir jetzt wieder ein Kurzwaschprogramm. Wieder das, was wir auch genommen haben. Drücken auf Start. Einfach damit das Ganze jetzt, wenn wir das nächste Mal die Spülmaschine wieder benutzen, auch der Abpump-Vorgang von der Pumpe gestartet wird. Und so wieder dann auch alles richtig funktioniert. Und wir können jetzt natürlich auch schauen, ob unsere Spülmaschine wieder abpumpt und auch richtig geht. Also, Kurzvorrahmen ist eingewählt. Tür zu. Und das Ganze sollte jetzt behoben sein. Hört sich gut an soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.